Ohhhhhhhhhhh... Ohhhhhhhhhhhhhhh... Ohhhhhhhhhhhh... Waaack... Ah! Oh... Und... Fahrstuhl... Gut, Leute! Jetzt geht's weiter! Die Bonde wird von einem ganzen Haufen... Das ist ein ganzer Haufen Minus-Eins. Ohaah, schön getroffen. Schönes Teil, das müsst ihr doch zugeben, oder? Aber intelligent genug, um das Map-Geschütz auszuschalten, sind sie natürlich nicht die Eliten. Die Hongs. Treffer. Aber natürlich waren das noch nicht alle, das wisst ihr, oder? Okay, ich möchte euch erstmal, lols, gar keine Waffen mehr da, ich möchte euch erstmal den kleinen noch geheimen Marie zeigen, den ich mal hier hinten gefunden habe. Gott sei Dank, sie sind es. Ja, nein, ich will dich jetzt nicht schlagen. Wir haben uns gerade ordentlich fertig gemacht. Ja, ich weiß, dass die euch fertig gemacht haben. Ich hab's gesehen. Aaaaaah! Mein Gott! Ich wusste gar nicht, dass die bis hier hinten kommen. Oh nein, Alter. Das gibt's doch wohl nicht. Ich hab nie gewusst... Also, ernsthaft, das ist mir noch nie passiert, dass die, dass die bis dahinter gekommen sind. Und nochmal, Alter. Ich hab's gesehen, dass die ausstehung. Ich hab's schon eher nicht urgen. Ich hab's gesehen, dass die bis dahinter des Böses gewusst. Und da sind nicht so schlag. Wir haben uns beichten. Das ist der Böse. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ja. Und da ist das Böse. Ich hab's gesehen. Und da ist ja auch gesehen. Und da ist das Böse. Und da ist ja auch so. Es ist nicht zu viel. JaUST, sagst ihr das Böse ist. Ich hab's gesehen. Also, das eine Böse bin. Was ist ein kleiner wieser Freak? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass jetzt da gleich noch ein paar kommen. Halt die Fresse. Was? Wer versteckt sich hier hinter einer Kiste, du oder ich? Wir gucken uns jetzt nochmal zum Spaß halber unser kleinen Marine an. Was? Na verdammt! Ich muss in Ihren Kopf. Jetzt! Jetzt! Wie viel Zeit hatten wir noch? Fragen Sie mich lieber nicht. Tyro, hier ist die in Ember's Lab. Transporter-Schild ausgefallen. Bin in Position. Bereit für sofortigen Angriff. Negativ Commander. Nicht bei einem Schiff dieser Größe. Und nicht allein. Sir. Erlauben ist die Position zu verlassen. Zu welchem Zweck, Master Chief? Um der Allianz die Bombe zurückzugeben. Da lacht er schon. Ja. Okay Leute, wir gucken uns noch die Cutscene an. Und dann sage ich, danke, dass ihr es euch angeguckt habt. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Und verzeiht mir, dass ich so oft gestorben bin. Ich bin in Halo 2 etwas aus Dürfen. Ich weiß, was Sie denken. Das ist verrückt. Gut. Bleiben Sie hier. Leider muss ich Ihnen sagen, ich mag Verrückte. Nur noch eine Frage. Was, wenn Sie scheitern? Wehrt dich nicht. Das sind diese Schiffe, die erinnern mich irgendwie immer an Dildos. Ich weiß es nicht ernsthaft. Das ist jetzt nicht mal so kindisch gemeint, aber diese Dinger, die haben wirklich eine sehr unanständige Form. Für einen Stein fliegt er ziemlich gut. Chief, rein da, fertig machen. Der Kampf geht auf dem Planeten weiter.